Hi alle miteinander, willkommen zurück auf eure Comicwelt. Heute will ich was Neues machen und zwar möchte ich euch meinen Arbeitsplatz zeigen, von vorne bis hinten, von oben nach unten und ich sag mal los geht's. Fangen wir doch gleich mit der hinteren Ecke meines Zimmers an. Ihr seht zum einen meinen Stuhl mit einem super coolen Bärenrucksack. Falls ich mal keinen Bock mehr habe und ausreisen will, dann nehme ich ihn einfach und stopfe da ein paar Mangas rein und hau ab. Ne braucht man ja nicht, oder? Weiter geht's mit meinem riesengroßen Zeichentisch. Ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr einen größeren. Also zum einen ist das ein Zeichentisch, zum anderen ist das auch ein Leuchttisch. Mach ich kurz an. Braucht ein bisschen. Tja, da gibt es noch zwei Knöpfe, zum anderen geht noch das hintere an, aber das ist jetzt auch egal. Und dann legt man einfach so seine Zeichnung auf dem Tisch, ein Blatt drüber und schon kann man anfangen. Super cooles Ding, ne? Tja, was gibt es hier zu sehen? Also, immer was zu trinken, man braucht immer viel Körperflüssigkeit, um immer gute Ideen zu haben. Immer ein Heft, falls ihr auf Ideen kommt und legt es am besten gleich neben euer Bett, weil die besten Einfälle kommen eben, wenn man schlafen muss oder keine Ahnung, wenn man nichts zu tun hat. Also, zum einen das und dann der Kensen Skizzenblock, den habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Ja, das ist eben ein Zeichenblock, mit dem ich auch die meisten Videos mache, einfach weil das Papier eben robust, sehr stark und fast alle Materialien, die ich benutze, nimmt der Block ganz gut auf. Ja, was gibt es hier noch zu sehen? Ja, bevor ihr denkt, dass es hier ein Katzenbaum auf meinem Tisch ist, das habe ich auch schon einmal in einem Video erklärt. Einen Moment, sieht das Ganze nicht so robust aus. So, könntet ihr erraten, was das sein könnte? Ja, das ist der Halter für meine Kamera und zwar kommt die, das habe ich jetzt selber gemacht, so kommt die hier so rein, jetzt geht es gerade nicht, weil ich ein Mikrofon auf der Kamera geschnallt habe und später dann kommt ein Blatt auf den Tisch und da hat man perfekte Sicht, ja, auf die Zeichnung. Was gibt es noch zu sehen? Zum einen meine täglichen Skizzen, die ich hier immer hinlege, das lasse ich dann über eine Roche, lagere die dann später hier irgendwo ein, zwischen den ganzen anderen Skizzen, am Ende kommen die in einen Ordner. Die ganzen Ordner werden unten im Keller feststaut, weil ich hier oben keinen Platz mehr dafür habe. Also meistens zeichne ich eigentlich auf Dna 3. Da kommen so meine täglichen Skizzen drauf, alles was mir halt so dazu einfällt. Charaktere, Outfits, Tiere, ja, so Sachen halt immer auf Dna 3, da habe ich nicht mehr mehr Platz als auf Dna 4. Ja, und was gibt es noch zu sehen? Zum einen meine Copic Chaumarka. Ich habe da so extra so eine Kiste gebastelt, ja, das kriegt man so in jedem Bastelladen, das ist so Karton mit Styropor und ich habe das so aufgeteilt und für jede Farbe ein Kätzchen gemacht und unten sieht man noch die, warum sind die so unscharf, die ganze Zeit. So, da sieht man noch die Fineliner, da sind zum Teil einen und hier auch. Hier sieht man noch die Fineliner, alles mögliche, Stabilo, Edding, ja, und meine weißen Stifte. Aber, halt mal, das ist ein Bulli. Ich wollte dich haben, genau. Ne, aber zu den Materialien kommen wir ein anderes Mal. Hier seht ihr noch die Tombos, da muss man ja immer fokussieren, danke Gott. Meine Federn und Federhalter, was gibt es noch? Ich habe noch hier Pinsel, Skizzen von anderen Tagen, ja, und so weiter. Und, was haben wir hier noch gesehen? Ja, genau, ihr seht es, meine Mangas, das sind nur zum Teil welche, der Rest ist alles unten im Keller, weil es hier keinen Platz mehr gibt. Und das war mein Tisch, mein Zeichentisch. Und was gibt es hier noch zu entdecken? Gehen wir mal in die andere Ecke meines Zimmers. Einmal rumdrehen und was sehen wir hier? Alles, was ich für die Videobearbeitung brauche, zum einen ein Computer. Ja, und zum anderen, aha, das ist, ich gehe mal raus hier, das ist ein Vacom Cintiq 21UX. Also, man kann das hier, ah, das geht nur mit beiden, ah, nee, das geht doch. So, man kann das so ein bisschen runter machen, man kann daran drehen. Das ist eigentlich ein Tablet mit Bildschirm, das heißt, man kann direkt auch sein Bild zeichnen. Ja, also ich bin super zufrieden mit diesem Gerät, also neu kostet das so circa 1800 Euro, aber das wäre mir viel zu teuer. Ich habe das Gebrauch geholt, ich bin sehr zufrieden, also es hat irgendwie keine Probleme, keine Gebrauchsspuren, gar nichts. Es sieht aus wie neu und es ist sehr schwer sowas zu bekommen, also so günstig. Ja, vielleicht mache ich mal so ein Demonstrationsvideo das nächste Mal oder wenn ihr euch dafür interessiert. So, eigentlich ist dieses Video ein Einleitungsvideo zu meiner neuen Serie und zwar Manga-Kurs, Manga-Zeichenkurs, Manga-Aufbau, ist scheißegal. Ich mache auf jeden Fall Schritt für Schritt den Aufbau eines Comics, Manga, wie ihr wollt und dazu kommen eben Storys, Panels, Characters. Eben von 0 auf 100 machen wir das Ganze, wie zeichnet man Augenköpfe und so weiter und so fort. Das habe ich ja schon ewig lange in Planung gehabt und euch versprochen und es kam halt nie. Und ja, wenn euch was einfällt, wenn es eben Themen gibt, die ich noch nicht angesprochen habe, schreibt das eben unter die Kommentare. Schreibt, was ihr zum Beispiel genau wissen wollt, wo die Probleme bei euch liegen und dann können wir auch schon anfangen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, eure Comic-Welt. Ja, alles klar.